und willkommen zu war und neun wird schon auf dem server moin leute was geht wir sind nicht gespawntrapped weil uns wurde geschrieben dass wir vermutlich gespawntrapped sein könnten aber sind zum glück nicht hat mir gut ging es eigentlich jetzt hier nochmal hoch ich glaube hier ging es oder standard gemäß eckschrank pvp ist mit auf dem server wer sieht aus wie minecraft warte ich mache mir jetzt mal eine suppe weil an die food aber wo ging es hier zurück denn es wie wenig essen bekommt man durch eine suppe der viel mehr erwartet das ist nicht ich dachte du hast den durchblick ja na dann ich glaube hier oder hast da ist es nicht hier ja das waren wir das mit dem ofen und der werkbank da nein aber das war irgendwo in der nähe vom spawn oder ich glaube schon keine ahnung du willst du wieder raus lassen wir können doch schon mal ja ja schau mal da oben da brennt den zaubertisch hast du den abgebaut oder für den hoch geht's nicht ich hab ihn da stehen gelassen egal wenn er jetzt weg ist weil uns wollte jemand scheinbar wieder spawn killen und ja wenn jetzt da waren dann haben wir eventuell unsere sachen geklaut ich hoffe es mal nicht waren wir da unten das sind steine also ich war mir ziemlich sicher kommen wir hier zu mir dass der ofen und die werkbank die da hinten stehen in der nähe waren vom portal warte wo war das jetzt hier oben war das irgendwo oben glaube ich ja wo war ich denke hier war das waren wir eigentlich sicher dass das in der nähe vom portal war war und vielleicht da oben stimmt das war da hoch also irgendwann zu einer wand sind wir ja hoch da sind wir ja runter gegangen dann dass wir hier hoch denn das kommen wir auch zu mir natürlich sind wir die profis und haben auch nicht die spawn koordinaten aufgeschrieben ja mann voll die ne hier ist auch nichts ich nehme mal das nether quads mit ich schaue mich mal kurz hier überall um kann man vielleicht in der discord gruppe einfach erfragen wie die quads sind ich glaube die quads hätten wir aber wir müssen auch den allgemeinen weg zurückfinden ja also alternativ kann man sich auch einfach hin bauen materialien zum bauen hat man hier mehr als genug aber wir waren doch eigentlich recht weit oben am besten schon als unsere folgen noch mal rückwärts an wir schauen einfach nach wo wir lang gelaufen sind das mache ich jetzt jetzt auch ja danke firefox dass du mal wieder mich zurück zur startzeit jetzt bringst in dessen können wir noch ein bisschen sicher umschauen lukas du bist nur jetzt hingelaufen wieder den berg hoch zurück das problem ist die folge ist ja noch gar nicht online egal dann lass mal schauen irgendwo hier waren wir doch da muss ich nicht sogar hoch gebaut ja ja das war ja noch von vor vom letzten mal von einem ausloggen von letzter folge würden die würde das würde ich bei mir ein bisschen schneller laden das wäre hier 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 war ich bin ich mir ziemlich sicher und hab quads abgebaut also müssten wir eigentlich von hier irgendwo gekommen sein oder wieder von hier aber warum wir waren irgendwo weit oben ich glaube ich weiß wo hier war nämlich glaube ich der ort wo ich mich hoch gebaut habe wo ich dann runter gefallen bin und fallschaden bekommen habe nachdem ich dann essen von dir wollte wir waren weiter oben ach das auf jeden fall ich weiß sogar wo vielleicht hier waren wir so weit oben wir waren eigentlich sogar noch weiter oben schau mal weil hier habe ich mich glaube ich hoch gebaut wie gesagt wegen um da oben quads abzubauen halt mal waren wir dann das müsste dann eigentlich heißen dass ich irgendwo von hier gekommen bin das müsste ich eigentlich sogar noch weiter laufen ich bin mir grad nicht so sicher verdammt ich kann jetzt auf keinen fall mehr sprinten weil ich hab nur noch vier hungerbalken ja jetzt hin hat man hier hinten achta aua ich bin fast gott gestorben wir hätten uns zur wege markieren müssen von wo wir gekommen sind hier ist die border oh shit dennis ja es leckt ach alter hör mal da ist die border ja da hinten da müssen wir weiter zurück ah die border ist ja auch kleiner geworden ja schon aber leckt schon wieder ich bin mir eigentlich sicher dass wir irgendwo von da oben gekommen sind ich bin mir eigentlich sicher dass wir irgendwo von da oben gekommen sind wir waren irgendwo in der nähe vom feuer ja und wir hatten einen haufen pilze gehabt soweit ich weiß in der umgebung keine ahnung ich brauche mich jetzt einfach mal da hoch bevor wir weiter hier wahllos rumlaufen und schauen ob es vielleicht da irgendwo ist warum ist hier eigentlich nur überall quats hier ist vielleicht oder weil ich mein da waren wir aber schon dass sich auf hinschen hoch gebaut oder etwa nicht egal ach mal schauen mal vorbei mal vorbei mal vorbei mal vorbei blutrausch blutrauschregel da hatten wir uns nur gerade eben hoch gebaut Waren, glaube ich, sogar noch viel weiter oben, Dennis. Ja, ich glaube auch. Was soll ich hier richtern? Ich schau mal nach. Ich muss jetzt mein Gott einen Apfel essen, ich habe keine andere Wahl. Wow, als ob wir jetzt die ganze Folge jetzt hier dranhängen und nach unserem Ort suchen. Wie ist es gut unten da? Vielleicht. Okay, oder wollen wir jetzt einfach nach Pilzen suchen, weil wenn wir sonst verhungern, ist da auch keine Lösung. Wie bist du? Ich glaube, ich habe den Ort gefunden. Ja? Wo bist du? Oder bin ich jetzt hier wieder? Ich werde im Kreis gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Spreise gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wenn ich jetzt in der Spreise gelaufen bin, bist du gut? Ich habe eine Ahnung. Ich habe die Ahnung. Well, ich habe keine Ahnung und das Raps. Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich habe ein Zaat. Ich habe ihn abgelenkt, erneetet, dass der Ahnung ist. Boah, wir haben noch 5 Minuten die dümmste Folge abgeranzen werden. Wir haben auch nicht zufällig noch genug Obsidianen, um einen eigenen Ausgang zu bauen. Oh nein, das ist sehr schön. Wahrscheinlich wird es sogar verboten. Ja, nächste Folge. Also wir schauen uns nach der Folge einfach mal an, wo wir letztes Mal lang gelaufen sind. Oh, ich bekomme ich Hungerschaden, hätte es auch ein bisschen was lassen. Ja, es ist einfach irgendwas. Ich habe auch den Goldapfel gegessen. Ich glaube wir haben ein derbes Problem. Oh man, wahrscheinlich kann man hier auch wieder verhungern wie in einem anderen Projekt. Und das einfach nur, weil wir unseren Chef Spawn nicht finden. Ich weiß noch nicht mal, wo ich da lang gelaufen bin. Das Nessa sieht einfach komplett überall gleich aus. Mein Internet lebt hier Ewigkeiten momentan. Und das ist noch ein brauner Pilz. Das wäre schon mal was, was ich brauche. Oh nein, ich brenne. Geil, Alter. Also ich werde durch Junger sterben. Also wir töten halt dann echt die Zombie-Pigmen. Das wäre dann die einzige Alternativlösung, die wir noch hätten. Was, wir könnten wenigstens noch Essen bekommen. Habe ich den Ofen nicht sogar geplantet? Ich weiß nicht. Den Ofen habe ich geplant, damit habe ich mir nicht Hühnchen gemacht. Das war wann? Wo war jetzt der blöde brauner Pilz? Ich bin dumm. Wir waren richtig. Ja, dann lass schnell zurück. Vielleicht schaffen wir es noch, die Folge raus. Weißt du, wo der Ofen noch ist? Ja. Okay. Naja, ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Ich weiß, ob es wirklich richtig ist, aber ich hoffe es. Ich glaube, ich habe da sogar oben noch ein bisschen was zugebaut, weil ich nicht wollte, dass die uns noch verfolgen. Jetzt wird es, jetzt wird es riskant. Ich hoffe es. Ich war hier unten, aber ich habe mich niemals so weit nach oben gebaut. Das hier nach oben, das waren wir doch vorhin. Ja, aber wir müssen uns mal ein bisschen umbuddeln. Das ist auch zugebaut, du Döp. Oh, mein Attacke ist wieder mal kaputt. Und der Server laggt. Oder ich lagge. Kevin? Nein. Kevin? Ja, 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 ja. Sag uns nichts. Ich wusste nicht, ob ich aufs Timer oder ob das Name selber liegt. Das ist ja noch besser. Okay, und lass runter. Hm? Wieder runter? Ich habe es gefunden. Jetzt habe ich den genauen Punkt gefunden. Ich habe noch zwei Runger Balken. Ich auch. Aber die bleiben jetzt erstmal bei der Setting. Du lachst gleich. Die sind 10.000 Mal dran vorbeigelaufen. Na ja dann. Hey, hier war ich doch vorhin auch schon, oder? So. Aber hast du hier was zugebaut? Gut. Also die Folge müssen wir erst wieder, nachdem wir sind releasen. Nachdem wir auf dem Server sind releasen. Achtung, hier ist ein Loch. Ah ja, nice. Ich glaube wir schaffen es jetzt nicht mehr aus dem Nether raus, weil es ja doch schon noch ein Stückchen ist. Hoffentlich ist nicht Nacht. Ich hoffe, die haben da nichts wirkliches zugebaut. Wie viel Herzen hast du? Hier lang. Lass erstmal hier bleiben, okay. Okay, hier bleiben wir dann erst. Ah, ungern. Ich gehe hier hoch und baue mich da ein. Stimmt. Ich brauche dich hoch. Okay, Leute. Oh mein Gott. Langsache. Nach dem Ausgang, eine ganze Folge verschwindet. Ein bisschen schade. Wir haben aber mittlerweile 29 Level. Also wenn unser Zaubertisch und so noch da ist und nicht abgebaut wurde. Haha. Dann wird Enchanted. Ansonsten, ich glaube ich habe noch zwei Diamanten. Also könnten wir im Zweifelsfall auch nochmal einen neuen machen. Mhm. Also, ciao Leute. Tschüss. Gut Nacht. Tiza.